Der Tag habe ich... Es ist voll gut, ne? Jedenfalls, dieser Herr hier auf der Seite der Christian Franke, er ist gar nicht unser echter Bassist, weil der echte Bassist ist in China. Er ersetzt ihn und ich danke ihm sehr dafür. Der echte Bassist, der ist, glaube ich, irgendwo in der Sonne, in Shanghai oder wo und heiratet worden. Eh, schön. Er geht mit einem Blick durch Strassen, die seinen Blick erwarten. Als steiler Schriftzug streift er durch die Warte der Gefahrenheit. Sein Spruch ist kalt und seine Gaben sind eine giftbefüllte Lade. Mit einer Aussicht auf ein neues Leben, ganz allein. Vielleicht will er sich nur einen Traum erfüllen. Vielleicht soll ich nur noch so wie vorher fühlen. Fühlen, fühlen, fühlen. Er war die längst bekannte Liebe in seinem Ort erbieten. Für alle diese zu geblieben wurden drei geschenktes Liedsen. Und wer in all die vielen Sterne viel mehr erwarten sessen, der lässt sich niemals nicht wahr in deinem Schmerz verletzen. Für alle diese zu geblieben wurden drei geschenktes Liedsen. Für alle diese zu geblieben wurden drei geschenktes Liedsen. Applaus